Aufstehen, ihr F***en. Was geht ab? Herzlich willkommen zum Vlog. So. Guten Morgen. Heute gibt es den nächsten Vlog. Heute ist Freitag. Heute Abend spielt Theater. Werde ich im Stadion sein? Eli, Jordan, Jessic, Marlon. Auch am Start. Ich muss meine Haare schneiden. Meine Uhr reparieren lassen. Das steht noch auf dem Plan. Ich weiß es nicht. Spontan, die werdet ihr wieder sehen. Lass auf jeden Fall ein Like, lasst ein Abo da. 87 Likes, Leute. 87 Likes. Kuss geht raus. Wäre ehrenhaft. Lass ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ey, ihr seht gerade meine Zähne. Ich habe gerade die provisorischen Veneers drin. Meine Zähne wurden schon abgeschliffen. Und man sieht ganz klar, ich muss meine Haare schneiden. Das sieht aus wie ein Huuuut. Die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Und ich sage es so, wie Sunny es mag. Mmmmm. Die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Und ich sage es so, wie Gary es mag. Is! Sunny, du bist fast verhungert, glaube ich. So. Jetzt soll ich vielleicht die Anordnung. Digga, wie dumm bist du, Mann? Wie dumm guckt der denn rum? Ah, ja. Oh, jetzt wird erstmal vielleicht abgeschmatzt, Digga. Die Leute, ist Sunny gerade gekackt, Mann. Yeah. Hör auf. So. The thing is, es ist jetzt 14.30 Uhr. Ich hätte noch ein bisschen Zeit zum Streamen. Ich glaube so bis 16 Uhr, 16.30 Uhr. Immerhin versuche ich zu streamen. I don't think so. Ich will doch nur live gehen, Digga. 57% ausgelassene Frames. Rote Verbindung. Ich flipp aus, Digga. Ohne Sinn, Mann. Oh, Sunny. Und du sitzt nicht immer auf meinem Cheese Keyboard rum, Junge. Ich habe eine 1.000.000 Leitung und ich kann nicht streamen. Alle meinten so Vodafone, RIP und so. Kannst du nicht mehr streamen? Zwei Streams, alles gut. Oder eine Woche Streams. Seit gestern, Digga. Ich kann nicht streamen. Ich kann nicht streamen. Ich schwöre, wie kann man so reinkacken, Vodafone? Wie? Wie? Der Mann ist so aggressiv. Ich trainiere ihn, gerade ein Löwe zu sein. Gut, Sunny, beiß. Ja. Ja. Guck mal, seine Krallen. So cool. Sunny, beiß mich. Nochmal. Komm noch, komm noch. Ja, beiß. Ja. Sunny ist so ein Löwe. So, ich team mich jetzt an. By the way, Roomtour. Ich bin fertig. Kommt, ich glaube, nächste Woche oder so. Also, ich muss jetzt nur noch aufnehmen. Ich bin eigentlich fertig. So, ich habe ein Outfit mit der Elevate Drag Pants. Elevate. 540 Gramm. Komm, sind Poli, Digga. Weiß ja doch. Ein bisschen Keder ist. Meine schönen Süßkartoffelpommes habe ich gestern zu lange im Ofen gelassen. Guck mal, wie knusprig die sind. Yeah. Wow. So ein bisschen Design, das ist schön krass. Ich habe neue Reifen seit einem Monat. Ich habe den letztens aufgepumpt vor zwei Tagen. Ich gehe wieder. Mein Auto ist schon wieder leer, Digga. Was da? Ist mein Reifen schon wieder kaputt? Was habe ich gemacht? Hä? So, jetzt kommt Falschgeld wieder ins Spiel. Ab damit. Felgen sind nicht kaputt. Ich habe nichts gemacht. Neue Reifen. Schick's nicht. Für die, die nicht wissen, wie das geht. So, jetzt ist es bei 1,5 Bar. So, über 2. Über 2. Ja. Okay. Das wird mehr. Man drückt, man drückt, man drückt. Hopp. Ja, ich mache es halt öfter. Ja, was? Und ich muss noch mein Auto putzen, Digga. Überall ist Kacke drauf. Meine Sensoren spielen auch verrückt, deswegen glaube ich. Ich habe gerade mit einem Folierer telefoniert. Also mit Folienprinz. Ein Unternehmen, was halt die Autos foliert. Und dass ich nächste Woche vorbeischaufe. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, welche Farbe ihr gerne sehen würdet. Ich bin am überlegen, ich wollte eigentlich Baby Blau machen. Jessica hat heute sein Auto abgegeben, macht Baby Blau. Sagt er mir. Opfer. Beige habe ich im Kopf. Oder Pastelllila. So ganz, ganz leichtes Lila. Ihr kennt ja meine Lieblingsfarbe. Dieses Lila. So ein Lila. Aber ich weiß nicht, ob Lila ein bisschen zu viel ist. Ja, mehr gibt es nicht zu erzählen gerade. Boah, Digga. Mit LEDs verarbeitet überall. Könnt euch die Optik. So. Ich schneide jetzt meine Haare. Vorher. Man fühlt sich wie ein Baby auf einmal wieder. Es ist 18.10 Uhr. Ich habe heute noch nichts gegessen. Nichts. Nada, niente. Ich muss noch zum KDW. Dann muss ich was essen. Und dann zum Stadion. Anpfiff in zwei Stunden. Oh oh. Es wird ganz schön eng, merke ich gerade. So. Micha ist jetzt auch da. Ich bin jetzt ins KDW. Unglaublich viel auf die Schirbel. Einfach ohne Plan. Leute. Bubble Team. Warte immer noch auf ein Placement. Zootpalast. Bitte. By the way hat Eli abgesagt. Eli streamed. Grindr. Howe. Howe. Hey Jungs, das sind die Jungs. Hey, wir sind Berliner. Willst du was sagen? Grüße an die Jungs. Schöne Grüße an die Jungs, man. Hey. Ich bin jetzt im KDW. Und ich musste zu Rolex. Ich war hier jetzt die letzten zwei Wochen ungefähr fünfmal oder so. Heute soll mein Teil da sein, damit sie meine Ohren reparieren können. Ich wette, dass es nicht da ist und dass ich die Ohren immer noch nicht bekomme. Feedback war wie immer. Das Ding ist noch nicht da und wird noch bestellt. Ich werde angerufen, wenn es kommt. Ich wurde angerufen und es ist nicht hier ohne Sinn. Ich schwöre jedes Mal. Seit drei Wochen warte ich darauf. Es ist 19.10 Uhr. Eine Stunde zwanzig beginnt das Spiel. Wir müssen noch was essen. Sollen wir helfen mit Roller als Bürgermeister oder so? Junge, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, Michael. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben es eilig. Wir müssen Roller fahren. Wir haben es eilig. Okay, lass Roller fahren. Hier sind Roller. Bürgermeister. Ja. Und Babiti. Bei Burgerladen warten wir zu lange. Deswegen wollen wir testen Döner. Bei Settis ist es auch direkt daneben. Knoblauch, scharf. Salat komplett mit Käse. Vollkorn-Döner. Super. Alfred Osunabe. So. Wir sind jetzt beim Stadion. Wir sind glaube ich die Letzten, die da sind. Digga, wie heißt es hier? Hä? WTF? Wie spät haben wir es? 20.20 Uhr. Zehn Minuten Zaffel. Tommy Jordan läuft. Der Arme. Die Westerung in Jodan. No. Wir sind wirklich die Letzten. Ich glaube es werden heute 3.000 Zuschauer da sein. Wir sind in höchstens schon 6. Minute. Kommt ein bisschen zu spät. Scheiße. Rein in den Hexenkessel, Mann. Irgendwo ist hier Jessic noch. Irgendwo ist Jessic im Arm. Scheiße, Mann ey. Ich komme zu spät zum Spiel. Ich will sitzen. Danke Jungs. So. Wo sitzt du eigentlich? Zwölfte Minute. Mein Quatsch. Ich bin die kurze. Marilon. Ah ja. Du bist ja kurz. Leute, Omed ist leider nicht im Kader. Sein Leistung noch weh. Schade Mann, schade. Nehmen Sie mal ein Highlight her. Ich spüre es so lange bei ihr das mal. Oh nein. So ein Treckspiel, ja 5 Habs ist drin, mein Gott. Halbzeit wie immer Fotoshooting. Und wieder der Letzte, da passt sowieso nichts. Wie spät ist das? 52, alles Gute. Bis zu fast, weiter geht's. Ekmeter, geführt, ich hab nichts gesehen. War ein nice Ekmeter gefilmt. War ein nice. Kann man Ekmeter nicht filmen beim Stadion. Heute sind nicht, yo, yo, yo. Hast du gut, was ich hab ihn? Hier, hier, hier. Mit mettre werdet, sind! Mit istandy kommen. Wie geht das Loser? Zusammen mit dem, dass ja die die Anfangsische Flege redemptionаров bleiben. Oh mein Gott! Hätte ihn so stecken können. Barbit! 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 Ein guter Kameramann. 2-1-6 und sie kriegst du. Jamie! 45. Jamie! Lebele! Komm, da geht auch mit! 2-1! Das war's für heute. Wir schnappen uns jetzt einen Shuttle, ab geht's zum Auto. Jordan und Jessica sind noch in die Kabine gegangen. So, bin wieder zu Hause. Spiel war okay. Endeffekt hat er da gewonnen. Ja, das war's vom Vlog. Wahrscheinlich treffe ich mich morgen mit Zoos und so. Ich weiß nicht, ob ich da am Vlog machen werde. Also morgens Samstag. Weil am Sonntag fahr ich zu Amar, zum Mario Kart Event, zum Amario Cup. Habe ich das erste Mal gehört, hat mir gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Was ist wirklich ein Abo da? Man sagt's einfach, aber ihr hört immer nur rüber. Lasst ein Abo da, hä? Kommentiert Band. Kommentiert Band. Band. Ja, ja. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Wenn dich weiß, muss ich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kdn. Aber zum was willst du mich drehen? Mit dem Legen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Super. Yeah. Hey.